Mädels, Entschuldigung. Hallo. Ganz kurze Frage. Mein Name ist Benjamin, ich bin Street-Style-Fotograf. Ich finde, ihr beide sieht super schön aus. Kann ich ein Bild bitte von euch machen? Für was willst du nicht? Warte, was? Das ist für TikTok. Für TikTok? Aber TikTok sind doch Videos. Ja, Videos mit Bild zusammen. Also ich nehme dich jetzt auf, hier im Brust. Das wird zusammengeschüttet und kommt auf TikTok. Also von mir aus, ja. Okay, super. Hast du auch was dagegen, wenn ich mit dir? Ja. Oh, machen wir einmal. Das ist alles okay. Super cool. Kommt hier. Stell dich bitte da in die Mitte. Anweisung kriege ich jetzt auch noch von dir. Genau, genau. Einfach in die Mitte. Ein bisschen weiter bitte. Ey, wenn ich fett aussehe, ist es deine Schuld. Super. Jawohl. Ja, super. Und Hand an die Talie. Hier. An die Talie. Genauso. Super. Schau mal zu mir bitte. Beine überkreuzen, wenn es geht. Ja, super. Eins, zwei, drei. Jetzt seitlich bitte. Beine zusammen. Hohre aufstrecken. Das klingt mir anders. Und zu mir drehen. Schultern zu mir drehen. Schultern zu mir. Noch mehr zu mir. Ja, genau. Super. Bleib so bitte. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Kann ich jetzt ein Bild mit dir machen mit Punt? Ja, klar. Du hast ja Lust da drauf. Super. Schau mal zu mir bitte. Eins, zwei, drei. Jetzt von Punt eine bitte. Ganz kurz. Jetzt. Super. Jetzt ein Bild von dir bitte. Jawohl. Bleib mal so bitte. Eins, zwei, drei. Schaut mal die Bilder. Oh mein Gott, dein Gesicht. Digga, guck dich mal an. Was redest du? Ich finde dein zu viel hübscher aus. Deine riesigen Bambi-Augen einfach. Oha, guck dich mal an, Digga. Du machst schöne Fotos. Dankeschön, danke. Dankeschön.